Wo bin ich denn hier gelandet? Das ging jetzt aber echt schnell. Ich kann nicht glauben, dass du einfach so weggefahren bist. Ist das nicht doch etwas überstürzt? ruft Millie, als ich vom Taxi aus mit ihr telefoniere. In den letzten Tagen hat sie unermüdlich versucht, mir die Reise auszureden, mit allerhands schaurigen Überlegungen wie Wer weiß, womöglich ist dieser ominöse Herr Klaus ein Serienkiller, der dir die Haut abzieht, sie vor seinen Kamin legt und sich nackt drauf legt? Ein schauriger Gedanke, aber ich bin standhaft geblieben. Meine Agentur meinte, es sei ein guter Auftrag, an dem ganz und gar nichts Schreckliches ist. Dieser Herr Klaus soll ein einfacher Mann sein, der seine Biografie aufgeschrieben haben will. Mehr nicht. Und ganz ehrlich, mir kann doch nichts Besseres passieren. Denk nur mal an die Renovierungsarbeiten. Also hör auf, mir ständig so ein komisches Gefühl einzureden. Dieser Auftrag kommt wie gerufen und ich bin wirklich froh, endlich mal aus der Stadt herauszukommen. Dieser ganze Weihnachtstrubel macht mich verrückt. Hier habe ich Ruhe, vor allem vor den Männern. Na schön, wenn du meinst. Wie lange wird das Ganze nochmal dauern? Bis Heiligabend ist mein Aufenthalt bezahlt. Mal sehen, was ich dann mache. Ehrlich gesagt bin ich nicht besonders scharf auf Weihnachten. Vielleicht lasse ich es einfach ausfallen. Auf meine Eltern brauche ich auch nicht zu zählen. Mama fährt dieses Jahr in so ein esoterisches Fastenlager und Papa ist wie immer beschäftigt, vor allem mit seiner neuen Familie. Dieser Auftrag ist für mich sozusagen der Rettungsanker, auf den ich gehofft habe. Ich verstehe dich irgendwie schon, aber du weißt, wenn alle Stricke reißen, kannst du immer auch mit mir und meiner Familie feiern. Falls sich dieser Herr Klaus doch als merkwürdiger Geselle entpuppt. Wir werden sehen. Morgen werde ich ihn kennenlernen und alles erfahren, kontere ich und nehme ihr damit den Wind aus den Segeln. Ich will nun einfach meine Ruhe haben. Weg von Weihnachten, Adam und seinem bescheuerten Christkind. Stell dir vor, er schreibt mir tatsächlich immer noch andauernd, was jetzt mit seinem Text ist. Du hattest wohl recht, er nutzt mich nur aus. Ich werde mich nie wieder verlieben. Es ist immer das Gleiche, nichts als die totale Enttäuschung. In diesem Moment biegt das Taxi nach links ab und hält schließlich an. Ich knallfe die Augen zusammen. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Frage ich den Taxifahrer. Er nickt nur, steckt aus und knallt die Wagentür zu. Sehr freundlich. Ach du liebe Zeit, mummel ich. Was ist denn? Fragt Millie auch prompt. Ist es so schlimm? Ob es schlimm ist? Vor mir tut sich inmitten der Berglandschaft ein hübsches kleines Hüttendorf auf, in dem unzählige Lichter funkeln. Ein riesiger Weihnachtsbaum ragt in der Mitte des Platzes empor. Ja, es ist schlimm. Oh mein Gott. Ich steige aus, das Handy noch immer am Ohr, und bleibe vor dem Eingang zum Dorf stehen. Es sieht aus, als würde der Weihnachtsmann persönlich hier leben und hätte noch ein paar Lichterketten samt Lammetta übergeworfen, weil es ihm nicht genug geleuchtet hat. Ist das hier ganz sicher der richtige Ort? Frage ich nochmal den Taxifahrer. Ja, sicher, Hüttenhotel Wunderland. Er öffnet den Kofferraum, hebt mit Schwung mein Gepäck heraus und stellt es im Schnee ab. Macht 40 Euro, sagt er ohne jede Regung im Gesicht und während ich in meiner Tasche krame, weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Millie scheint das Ganze jedenfalls zum Schießen zu finden, denn sie lacht lauthals ins Telefon. Naja, so viel zu deinem Plan, Weihnachten zu entkommen. Ich drehe wieder um, rufe ich voller Panik, reiche dem Taxifahrer das Geld und starre auf das Lichtermeer vor mir. Hör zu, Süße. Ich war zwar nie so begeistert, dass du weggefahren bist, doch vielleicht ist es ja genau das, was du brauchst. Es mag sich blöd anhören, aber wer weiß, womöglich solltest du diese Reise aus einem ganz bestimmten Grund machen. Ach ja, und da wäre? Nun, vielleicht wartet an diesem Ort dein persönliches, kleines Winterwunder. In diesem Moment steigt der Taxifahrer wieder ins Auto und startet den Motor. Was für ein schrecklicher Kerl. Hektisch laufe ich ihm nach. Was machen Sie denn da? Helfen Sie mir denn nicht mit dem Gepäck? Er öffnet in aller Seelenruhe das Wagenfenster und schüttelt den Kopf. Nicht für 5 Euro Trinkgeld. Ins Dorf kann ich sowieso nicht reinfahren. Viel Spaß. Schon braust er davon. Na wunderbar, das geht ja gut los, sage ich etwas außer Atem zu Millie. Ich muss jetzt Schluss machen, wir hören uns später, falls ich bis dahin nicht im Schnee versunken bin. Dann legen wir auf und ich schleppe und ziehe meine Koffer durch den Schnee zu einer großen Hütte, an der ein Schild mit der Aufschrift Haupthütte prangt. Wohin ich auch sehe, funkelt und glitzert es und Weihnachtsmusik dudelt um mich herum. Es ist, als wäre ich in eine kleine Weihnachtsstadt gekommen. Schrecklich. So war das ja nicht gedacht. Mit letzter Kraft hiefte ich mein Gepäck die Stufen hinauf zum Hütteneingang. Als ich die Klinke herunterdrücke und die Tür öffne, läutet über meinen Kopf ein goldfarbenes Glöckchen. Eine Frau im Engelskostüm sitzt hinter dem Tresen und begrüßt mich mit einem Lächeln. Guten Tag, willkommen im Hüttenhotel Wunderland. Ähm, guten Tag, erwidere ich und sehe mich um. Auch hier ist alles bunt und etwas öppig geschmückt. Es riecht nach Weihrauch und über meinem Kopf baumelt zu allem Unglück auch noch ein Mistelzweig. Schnell trete ich ein. Nicht auszudenken, wenn gleich irgendwer reinkommt und ich ihn küssen müsste. Denn bei meinem Glück wäre das höchstens ein alter Almöi. Ich lehne mich an den Tresen. Mein Name ist Marie Wunsch. Meine Agentur schickt mich her. Es müsste ein Zimmer auf mich reserviert sein. Die Frau fängt an, auf die Tastatur ihres Computers zu hämmern. Wunsch, äh, Augenblick? Murmelt sie, dann bekommen ihre Augen einen leichten Glanz und sie lächelt. Ah, hier sehe ich es schon. Sie haben eine unserer ganz besonderen Hütten zugeteilt bekommen. Anweisung vom Chef. Sie sind ja wegen ihm hier, nicht wahr? Falls Sie Herrn Klaus meinen, ja. Das Engelchen nickt. Genau, den meine ich. Sie können ihre Hütte bereits beziehen. Sie dreht sich kurz um, nimmt einen Schlüssel mit einem Sternanhänger aus Holz vom Bord und legt ihn auf den Tresen. Hier ist ihr Schlüssel und ich lege ihnen auch noch ein paar Prospekte in die Mappe, damit sie wissen, was sie hier im Dorf alles unternehmen können. Es gibt einen Weihnachtsmarkt, eine Rentierfarm, einen Supermarkt, eine Tanzbar. Ja, rasch schüttel ich den Kopf. Nicht nötig. Ich bin ja zum Arbeiten hier und nicht zu meinem Vergnügen, sage ich, aber sie packt die Prospekte trotzdem in die Mappe. Na, meinetwegen. Ihre Hütte ist das Sternenhäuser. Sie erkennen es an dem Stern über der Eingangstür. Gehen Sie einfach geradeaus in Richtung Wald. Es kommt dann etwa 50 Meter nach dem Lebkuchenhäusel, das natürlich einen Lebkuchen über der Tür hat. Sie lächelt mir zu und ich hebe die Augenbrauen. Wo bin ich denn hier gelandet? Doch sie geht gar nicht drauf ein. Ist doch süß, oder? Bei uns haben alle Hütten weihnachtliche Namen, erklärt sie mir. In diesem Moment geht die Tür auf und das Glöckchen beginnt wieder zu bimmeln. Sofort werden die Pausbacken des Engelchen ganz rot. Sie streicht sich durch die Locken und als ich mich umdrehe, weiß ich auch, wer ihr die Röte auf die Wangen gezaubert hat.